Herzlich willkommen bei Forst und Gartentechnik Fuchs. Seit 2001 setze ich ausschließlich auf den Vertrieb von führenden Motorgeräteherstellern. Es ist nicht immer einfach, aus der Vielzahl der in den Katalogen genannten Maschinen das richtige Gerät auszuwählen. Um für Sie und Ihre Zwecke das optimale Gerät zu finden, steht bei mir die fachliche Beratung im Vordergrund. Sie als Kunde sollen ja mit dem Kauf des neuen Motorgeräts Freude an der Arbeit haben. Maschinen anderer Gerätehersteller oder Importeure, die ich nicht vertreibe, warte und repariere ich gern für Sie. Modernste Diagnosetechnik und Spezialwerkzeuge stehen dafür in meiner Werkstatt bereit. Ihre gebrauchte Maschine nehme ich natürlich auch in Zahlung und verkaufe Ihnen dafür Maschinen aus meinem Sortiment. Das gilt auch für Alt gegen Neu der gleichen Marke. Für Testzwecke bzw. Ausleihe steht Ihnen ein umfangreicher Maschinenpark zur Verfügung. Als besonderen Service biete ich bei Bedarf einen Hol- und Bringdienst an. Mir liegt die für Sie beste Lösung am Herzen, denn ich wünsche zufriedene Kunden, die gerne in mein Geschäft kommen und es mit gutem Gewissen weiterempfehlen können. Ich freue mich auf Ihren Besuch in meinem Geschäft und auf zielorientierte Gespräche.